Ja, ich habe studiert. Ich bin seit sieben Jahren in diesem Unternehmen. Ich bin die jüngste Leiterin des Bereichs Sales Department und Commercial Development. Und ich bin immer noch in diesem Unternehmen unter Wert bezahlt. Es gibt eine Sache, die mir eindeutig fehlt gegenüber meinen männlichen Kollegen. Für eine Frau in ihrer Position würde ich eins dieser Modelle empfehlen. Ja, ich habe ganz neue Seiten an mir entdeckt und habe auch endlich den Respekt bekommen. Den ich mir schon immer gewünscht habe. Und das nicht nur von den Frauen. Auch bei den Männern habe ich plötzlich einen ganz anderen Stand. Ja, und auch ganz andere Möglichkeiten, mich bemerkbar zu machen, wenn ich was zu sagen habe. Aber der größte Vorteil von einem Y-Promosom aus Kautschuk ist die stärkere Verhandlungsposition. Im Kampf um gleiche Bezahlung bei gleicher Arbeit.